So, meine lieben Damen und Herren, nochmal ein letzter Hinweis auf das große We Are Football 2024 Gewinnspiel hier bei Lemon Cookie TV. Bis morgen, bis zum 8. März, 15 Uhr, habt ihr noch Zeit zu tippen, also 15 Uhr in deutscher Zeit. Wie viele Tore werde ich mit dem Lemon Cookie Football Club hier nach 17 Spieltagen haben? Wie viele Tore werde ich insgesamt schießen in der Hinrunde? Nach 12 Spielen, wie ihr sehen könnt, habe ich ganze 8 Tore geschossen mit meinem Klub und 51 Gegentore. Die sind allerdings für das Gewinnspiel irrelevant. Gebt euren Tipp ab in den Kommentaren von irgendeinem aktuellen We Are Football 2024 Video. Und unter allen Teilnehmenden werde ich ein Steam Key für We Are Football 2024 verlosen. Erstmal gucke ich, wer Recht hat. Wenn mehrere Leute Recht haben, wird es verlost. Wenn nur einer Recht hat, gewinnt der direkt den Key. Wenn gar keiner Recht hat, dann wandern alle Lose in die Lostrommel und es wird ausgelost. Die Auslosung wird dann erfolgen, sobald ich hier die 17 Spieltage absolviert habe. Das wird wahrscheinlich morgen, übermorgen oder am Sonntag passieren. Ja, gebt euren Tipp ab, seid dabei. Dieses Spiel lohnt sich. Tschüss und auf Wiedersehen. Bye, bye.